Ich bin Nisi, ich bin 25 und bin Bloggerin auf TetherJade.com zusammen mit meiner Schwester Desi und das machen wir seit sieben Jahren. Ich bin ein totaler Internetmensch, also ich blogge selber oder bin viel auf Instagram, lese selber Blogs und da inspirieren mich eigentlich auch andere Blogger sehr viel. Sehr typisch für mich ist, dass ich wirklich fast jeden Tag Vloggen mache. Also ich habe normalerweise sehr glatte Haare und mit denen kann man eigentlich, die hängen nicht so runter und dann kann man eigentlich fast gar nichts mehr machen. Für Abends ist es natürlich dann wichtig, dass die glatten Haare nicht wieder rauskommen und so. Fixiere ich dann die Haare mit ein bisschen Haarspray, sodass die Locken wirklich bis zum nächsten Morgen halten. Mein Stil inspiriert von Instagram und den Bloggerin dieser Welt, gestylt mit dem John Frieda Haarspray starker Halt.